Musik Freunde Schönen guten Tag Guten Abend Willkommen zurück Oh Ja Heute machen wir ein bisschen was Und zwar hauptsächlich eigentlich nur noch Building Glaube ich So Oh Wieso war denn das Gameplay aus? Okay Ja äh hi Dann jetzt aber vernünftig So Oh Der Server wurde neu gestartet Oh Oh So 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 Das hier ist unsere Base Denk ich mal So 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 So, was machen wir denn jetzt am geschicktesten? So, was machen wir denn jetzt? Okay, von der Höhe passt es, also machen wir 15. So, was geht? So, was geht? So, was geht? Okay. Äh, was wollen wir jetzt machen? Das muss noch größer. So. Okay. Das muss noch größer. Ja, genau. Ich versuche gerade die Plattform für den, ähm, wie hast du es gleich noch? Äh, für den Fahrstuhl zu bauen. So. Okay. Hä? Ja, das hat ja lang gedauert. Ja. Ja. Was ist denn Bullshit? Warum auch immer, das ist jetzt die Frage, wie wir ihn jetzt getötet haben. Die Frage ist, ist jemand auf Reisen? Ja, ich bin auf Reisen. Ja, ich auch. Ja, das sollte aber auch nicht das Problem sein, eigentlich. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Gestern Abend noch, äh, was heißt gestern Abend, gestern Nacht, habe ich dann nochmal René gefragt, ob ich auf Reisen gehen darf. Also er hat gesagt, ja, und dann, bin ich dann irgendwie, nach einer Stunde, habe ich gesagt, ich mach aus. Und bin dann irgendwo im Nirgendwo gewesen. Bin jetzt weitergelaufen. Super normal. Ich bin zwar noch bei mir relativ in der Nähe, so in der näheren Umgebung, nicht allzu weit weg. Aber, keine Ahnung. Ist ja auch interessant, das ist einfach ein Crash bei meinen Kunden. So. Was sagt denn der Server-Log? Das gucke ich ja gerade. Den habe ich gerade geöffnet, als du gefragt hast. Also. Exception im Server-Tick-Loop. Oh, wieder da. WB. Danke. Der Server-Log sagt, ähm, ja. Fehler im Server-Tick-Loop. Gleiches wie beim letzten Mal? Ne, ne, ein anderes diesmal tatsächlich. Ah, okay. So richtig, anders, anders, oder könnte korrupt immer noch? Ne, ne. So richtig, anders. Okay. Okay. Interesting. Äh. Also irgendein, äh, äh. Nicht. E räbean, äh いや. Okay. Mhm. Yeah, okay. Ja, also das ist einfach nur, irgendwie ist gerade der Server gecrashed und jetzt gucken wir gerade, was da die Ursache ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist normal mit den Zuschauern. Ja, genau. Ja, man muss einfach andauernd die Internetseite resetten. Genau. Ähm, ich habe noch einen Tipp vielleicht, den man einwerfen kann. Oh, sorry. Test. Äh, ich habe gar nichts gemacht. Ja, ähm, bei meinem privaten Server habe ich das immer hingekriegt, wenn ich mit suffocated storage, ähm, zu viel raus- oder reingepumpt habe, dass der Server einfach weggecrashed ist. Ich weiß nicht, ähm, ob... Ja, die Chests, wo man dann auch noch die Upgrades reinpacken kann, dass man irgendwie 14 Millionen Items drinne storen kann. Okay. Ja. 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 Moin, wir versuchen gerade wieder auf dem Server zu sehen. Anscheinend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann sind wir erstmal aus dem Discord raus und gucken mal weiter, ob der Server dann jetzt laufen wird. So. Das hier ist jetzt unser... Eigentlich auch in-game, aber relativ selten. Genau. Genau. So. Aber, äh, ja. Also wenn mal jemand vorbeikommt, dann auf jeden Fall. Aber so aktuell, äh, ist ganz viel Building angesagt. Ja, das trifft zu. Ähm, was? Jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich machen wollte. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen wollte. Ah, Simple Light. Oh. Genau. Finde ich an sich auch ganz cool. Ähm, dass hier kein Zwang ist, mit anderen zu interagieren. Weil da bin ich echt schlecht drin. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sieht jetzt nicht gerade schlecht aus, würde ich sagen. So. Ja, ne? Aber ich finde das nice. So. 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 Also das ist dann unser... Ja, das trifft zu. Also. Ich glaube, ich weiß, was ich machen will. Und zwar gehen wir jetzt mal eben nach Hause. Und... Wir bauen was. Und eine vernünftige Eingangstür. So. So. X. Crafter. Und jetzt gehen wir in die Mining Dimension, weil ich was bauen will. Äh, wir brauchen noch einen Stick. So. Ich habe was vorbereitet. Was unsere Eingangstür werden soll. Ja. Das ist jetzt erstmal aus... Black Croncrete gebaut. Und... Ähm... Ich will das mit... Wie heißt das gleich noch? Ähm... Wie heißt das gleich noch? Ähm... Wie heißt das gleich noch? Die, die... Sind aktuell schwarz. Aber eine andere Idee war es. Ähm... Man sieht ja hier den Abstand. Ähm... Dass das hier oben ist. Und mit, ähm... Create und einem Piston. Dass man dann... Die Tür auf und zu machen kann, was dann das... Maul von dem Schädel ist. Das war so die Idee. Okay. Genau. Jetzt muss ich nochmal rausfinden, wie ich... Ähm... Den Mod richtig einsetze. Weil ich gerade nicht... Ich hab das mal vor Uhrzeiten eingesetzt. How to use Lightmedica? Okay. Und? Dann wir mal eben. So. Configuration Render Layer. Nee, ist auch. Oh. X. Nein. Ist das hier oben? So. Oh. There ya. So und dann kann ich jetzt nämlich mit Build Up und Down dann alles bauen. Dann hab ich hier den. Ja auf jeden Fall wird das knifflig. Das einzig Gute ist ja wirklich, dass wir hier zum Glück ein gutes Layer haben womit wir arbeiten können. Das wird jetzt zwar maximal nervig für den Stream aber eine schöne Eingangstür sollten wir dann schon mal haben. Und mit Create gucken wir dann einfach später. Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass man den ganzen Kram heransetzt. Dann guckt wie es am Ende aussieht. So. 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 . So. 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 . So. 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 Es wird ein sehr guter Händen auswählen. Ich glaube ich setz mal die Hightvision wieder an. Sieben. Ich bin ein sehr guter Händen auswählen. Jo, nice. Aber ich kann die Mod hier sehr empfehlen. Schimpft sich Forgematica und ist eigentlich nur ein Klon von Lightmatica. Aber für Forge kann man sich einfach bei Cursed herunterladen. Und dann braucht man noch die Icric Lab oder so. Ich weiß gerade nicht wie genau die heißt. Dann kann man hier die ganz normalen Lightmatica Schematics reinladen. Und was ich halt gut finde ist, auch die ganze Steuerung und so weiter ist identisch mit Lightmatica. So dass man sich, wenn man mit Lightmatica arbeitet in Fabric, sich nicht umgewöhnen muss. Ja und das ist hier so eine Fan-Mod. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Enderperle? Man könnte das vielleicht mit Item Frames. Ja, da passiert gar nichts. Ah, die muss sich bewegen. Du meinst den? Gibt es eigentlich Partikel? Man könnte auch hier so Firefly Partikel spawnen. Das muss ich mir mal angucken. Das muss ich mir mal angucken. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Idee. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Joa, weil es lustig ist und ich den schon, keine Ahnung, seit 10 oder 15 Jahren nutze, 10 Jahre eher. Ja, aber hauptsächlich, weil es lustig ist und weil ich damit schon bei jedem großen Internetanbieter, was Spiele angeht, Probleme hatte und ich überall damit jetzt freigeschaltet bin, ja. Das einzig Bescheuerte ist, mein Game Tag bei Blizzard ist der Cock, aber ich darf keinen Charakter in WoW so nennen. Aber mein Account heißt so. Also ist auch ein bisschen bescheuert. Aber in anderen Spielen kann man mich deswegen zum Beispiel nicht melden. Was ich auch ziemlich lustig finde. Hm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde mal eben eine ganz kurze Pause machen und da sehen wir uns dann gleich wieder. Genau, dann bauen wir den Totenkopf fertig, kopieren den mit RF-Tools und erweitern den aber vorher noch, dass er noch ein bisschen weiter hier nach hinten reingeht. Genau, also würde ich sagen, bis gleich. Das war's für heute. 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 So, da bin ich wieder. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und jetzt versuchen wir mal hier irgendwie einen Schädel ranzubauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann gucken wir mal zu Hause, wie das mit diesem RF Tools funktioniert. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, mal eben ein Hotelzimmer buchen. Hehe. Okay. 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 So, ich brauche... Und das wird dann über den Bilder gebaut, glaube ich. Okay. 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 Eins... Okay, dann gucken wir doch mal. Okay. 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 Huge salt. Okay. Okay. oder um... I think Windows~! Oder um... So, das haben wir ja noch nicht. Okay. Dann bauen wir da jetzt erstmal ein Viereck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, Mist Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe Ich brauche noch die Wrench Ist doch klar Und so haben wir sie hier hier Smart Wrench Und auf den Controller Successfully created Ja Oh, Gott, ich brauche es mich 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 Okay, wir müssen die einen versetzen Ich bin sie voll vertan Ich brauche es mich Und weil die hier muss ja eigentlich Successfully Oh, Gott, ich brauche es mich Okay Kann ich das irgendwo noch bewegen? Oh, ja Heißt, also, du kommst mit Gucken wir jetzt mal zu Hause Oh, Gott, ich brauche es mich Oh, Gott, ich brauche es mich Das hat nicht geklappt, weil das nicht geklappt, weil das eine andere Dimension ist, wahrscheinlich, ne? Ja Okay Okay Building Edges Copy, copy, paste Copy, paste Okay, das mal eben Okay? Okay, ich brauche es mich Okay, ich bin doctors So. Cut. So, was tippt ihr? So. Freunde, wir haben jetzt das Copy and Paste Tool von Building Gadgets. Das kann Sachen ausschneiden und kopieren. Wir haben jetzt hier einen riesigen Todenschädel als Eingang. Den brauchen wir in einer anderen Dimension. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir den Server zum Crashen kriegen oder nicht. Mit dem Kopiervorgang. Also, starten wir das Ganze jetzt mal. Oh, es geht. Okay, dann müssen wir das jetzt hier einmal beobachten, wie der Totenschädel abgebaut wird. Und in der neuen Welt können wir den dann setzen. So. Okay. So. Und dann müssen wir gleich eigentlich nur noch den Rasen entfernen, damit das in der Overworld nicht so bescheuert aussieht. Oops. Pupala. Also ich könnte auch schuld gewesen sein. Ich glaube ich habe 30.000 Blöcke gerade kopiert. Aber es haben nur noch 10 Stück gefehlt. Äh, Building Gadgets. Äh, nee. Das heißt einfach Building Gadgets. Ah, ja. Das war ich. Äh, nee. Auf jeden Fall nicht. Ja, im Singleplayer hat es funktioniert. Äh, äh. Ich hoffe nur, dass es gespeichert, weil sonst sind gerade 3 Stunden Arbeit weg. Äh. Ja. Ja, das reicht mir. Äh, 3 Stunden. Äh. Ja, genau. Und den wollte ich jetzt in die Overworld holen. the two. Das ist nicht schnell. Das ist ja. Ja. Was ist das? Was ist das ja? Nein. Ich hatte ein paar Sekunden dazu. Ja, wir haben Sport. Ja, äh, gucken wir mal. Also ich muss auch nur einmal kopieren. Ja. Nee, nee, ähm, ich hab die Space Chamber mit kopiert. Die kann ich ja einfach abbauen. Das sind acht Blöcke. Ja, ja, genau. Deswegen, die würde ich abbauen. Das kriegen wir hin. Äh. Nappend. 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 Das war's. Das war's. Ja, mach ich. Ich wollte den Totenkopf kopieren mit der Space Chamber zusammen und hab damit den Server abgeschossen. Das war's. 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 Oh ja. Also Space Chambers zu kopieren, die schon zusammengesetzt sind, geht nicht. Das war's. 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 Jetzt nicht. Das war's. 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 Äh, ich bin fertig. Ja, es hat. Das Kopieren hat super funktioniert. Das Kopieren hat super funktioniert. Oh. Ja. Ja. Wir sind gerade fertig. Oh, es hat super funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt ist nur die Frage, wie man das mit der Position richtig macht Geht das, wenn ich den Hierhin stelle, was passiert dann? Okay Okay, dann setzen wir den mal ein bisschen tiefer Okay, wir müssen noch einen nach rechts Okay, das ist... Okay, das ist... Okay, das ist... Okay, jetzt noch einen ganzen Haufen tiefer Nehmt schlafen... Nehmt schlafen Also einfach so ein riesen Totenschädel in der Gegend rumfliegen haben So... Müssen wir jetzt noch weiter rein? Ne, oder? Nee, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich glaube wir gehen noch Ich glaube wir gehen noch 5 rein 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4 4, 1, 3, 4 5, 6, 1, 2, 3, 2, 3, 4 1, 3, 4, 1, 2, 4 0 und 3, 4, 1, 1, 2, 3 Oh, zum Glück funktioniert das noch nicht. Ah, und hier sieht man direkt, wie das mit der Space Chamber aussieht. Nice. Peace. Okay. 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 Ich habe mir da noch ein bisschen was angeguckt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, wir setzen dir noch einen vor. Ich glaube, wir setzen dir noch einen vor. Ich glaube, wir setzen dir noch einen vor. Okay, jetzt brauchen wir irgendwas, wo wir einfach testen können. Okay. 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 Okay, wie machen wir das jetzt mal? Ich schicke das hier. Ich schicke das hier. Ich schicke das hier. Ich schicke das hier. Ah, wo kommst du eigentlich? Ich schicke das hier. So, und ich will das hier mit Blackstone bauen. Ich schicke das hier. 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 Vielen Dank. Wo baut er gerade einen Totenkopf? Baut er überhaupt einen Totenkopf? Bis zum nächsten Mal. Oder bildet der gerade eine Mining Dimension? Nö. 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 Amen. 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 Ha. Schmeißen wir einfach mal Konkret rein. Amen. Hä? Hä? Ich guck nochmal. Ja. 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 Enanti. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So kann ich denn eine Shape Card Betragen Styling Destination Advisor Metabooster Das ist okay. Das ist okay. Das ist dann die Idee. Das ist 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 die Idee. Okay. 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 Gucken wir doch mal in den täglichen Guide rein. Das ist echt... Okay. Das ist etwas Altes. Das ist etwas Altes. Ist der Scan hier deaktiviert? Das sieht hart aus. Okay, schade. Das ist etwas Altes. 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 Okie dokie. Das ist etwas Altes. Das ist etwas Altes. Das ist etwas Altes. Das ist etwas Altes. Ok. Aber. Wir haben jetzt erstmal unseren Elusten. Äh. Hier ist das gleich. Totenkopf hier. Und. Ich werde erstmal Pause machen. Und dann gucken wir weiter. Wie wir weiter vorgehen werden. Aber so können wir erstmal mit dem Teil arbeiten. Ja. Ich werde auf die Position. Ja. 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 Also. Ich würde eben. Äh. Feierabend. Nicht Feierabend machen. Ich würde eben eine Pause machen. Und dann. Sehen wir uns gleich wieder. Und dann. Äh. Würde ich sagen. Lassen wir mal die Bienen umziehen. Also. Bis gleich. Ich bin so in 5-10 Minuten wieder da. Und dann. Machen wir mal anständige Arbeit. Und. Ich. Drei Stunden rausfinden. Wie ich das ändern kann. Und am Ende kommt raus. Ich kann es nicht ändern. Das ist ziemlich kacke wahr. Aber egal. Ähm. Genau. Wir. Sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ansonsten? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 40 ist zu viel, nehmen wir 15 Oh Okay 98 1, 2 1, 2 1, 2 Okay, nice. Okay. Bilder. Okay, den speichern wir uns. Das ist unser Top Dome. Vor dem brauche ich noch nicht. Rf-Tools. 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 7 Offset 3 Ah Äh 91 8 Und 92 Okay Das passt Und Das passt auch Super Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, da geht es. Sieht es hier aus. Ist der Bilderschrott? Sieht es hier aus. 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 Was genau meinst. Sieht es hier aus. Sieht es hier aus. Sieht es hier aus. Und zwar, wo habe ich es. Sieht es hier aus. 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 Genau. Sieht es hier aus. Sieht es hier aus. Ja, genau. Sieht es hier aus. 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 Da ist es. Sieht es. Sieht es hier aus. 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 Sieht es hier. Sieht es hier aus. Sieht es hier aus. Sieht es. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es hier aus. 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 Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es hier aus. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es hier aus. Sieht es hier aus. Sieht es hier. Sieht es hier aus. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es. Sieht es hier. 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 Sieht es. Sieht es hier. 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 Sieht es. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es. Sieht es. Sieht es. Sieht es hier. 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 Was ist es. Sieht es. Sieht es hier. Sieht es hier. Sieht es. Sieht es hier. Sieht es. Sieht es. Sieht es hier. Sieht es. 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 So. Sieht es. 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 Ich habe es. Sieht 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 es. Error. Sieht es. 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 Das ist. Sieht es. ist es. Sieht es. ist. Sieht es. Sieht es. Ja. Sieht es. 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 Sieht es.